Gut, dann starten wir rein in die Pressekonferenz nach dem 25. Spieltag. Rotweiß-Essen gewinnt heute Nachmittag mit 3 zu 1 gegen den SSV Jan Regensburg vor 8.889 Zuschauern hier im Jan-Stadion Regensburg. Ich begrüße die beiden Cheftrainer auf dem Podium. Zu meiner linken Joe Enox, Cheftrainer des SSV Jan und zu meiner rechten Christoph Dabrowski, der Cheftrainer von Rotweiß-Essen. Und das erste Wort gebührt, wie immer, den Gästen. Herr Dabrowski, Ihr Statement zur Partie. Vielen Dank und hallo zusammen. Ja, das fühlt sich mega an jetzt, beim Tabellenführer drei Punkte entführt zu haben. Vielleicht muss ich vorweg nochmal eins sagen. Wir haben jetzt 42 Punkte nach 25 Spielen. Ich finde, das ist Stand heute eine überragende Leistung von der Mannschaft. Wir haben es letztes Jahr geschafft, nach 38 Spielen 42 Punkte zu holen. Und darauf bin ich mega stolz, erst mal zum Spiel. Uns war klar, dass uns hier eine riesige Herausforderung erwartet. Eine Mannschaft, die sehr intensiv spielt. Und ja, heute waren wir brutal effektiv in den Torsituationen. Haben sehr viel leiden müssen. Man hat gesehen, welche Qualität die Regensburger haben. Vor allem immer wieder vertikal zu spielen, immer wieder nachzugehen und gefährlich vor das Tor zu kommen. Das haben wir größtenteils gut wegverteidigt. Wir haben sehr viele Nadelstiche gesetzt, wo am Ende die Präzision gefehlt hat, vielleicht das ein oder andere Ding noch zu setzen. Aber wir sind mega froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Wir wollten den Regensburger hier die eigene Party verderben. Das ist uns gelungen. Und darauf sind wir mega happy und stolz auf die Mannschaft. Euch alles, alles Gute. An der Stelle ein riesen Kompliment für eure Leistung bisher. Ich weiß, dass es mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Das können wir selber, glaube ich, ganz gut einordnen. Und dementsprechend viel Erfolg weiter. Vielen Dank. Dankeschön. Dann würde ich dich bitten, Joe, um dein Statement zur Partie. Ja, Christoph, vielen Dank für das Statement und Glückwunsch zum Sieg. Wir sind meiner Meinung nach sehr gut ins Spiel gekommen. Wir wollten natürlich wissen, dass Rot-Weiß-Essen ein Spiel in den Knochen von Dienstag hat. Und dass wir hier von einfach an halt tonangebend spielen wollen, hochpressen wollen. Das ist uns auch in den ersten, sag ich mal, 10 bis 15 Minuten wirklich super gelungen. Wo wir halt vier, fünf, ich würde nicht sagen, hundertprozentige Torchancen, aber halt gute Einschussmöglichkeiten haben. Wo sie halt knapp vorbeigehen oder Torwart halt sehr gut. Und ja, danach haben wir so ein bisschen den Faden verloren. Und dann haben wir halt immer mal wieder diese Nadelstiche zugelassen, was wir besser verteidigen können. Gerade halt die Situation, die zum Standardsituation führt, wo wir halt einfach vorne nicht so kompakt sind. Lassen Essen halt gut rauskombinieren. Kommt in Standardsituation und ja, also diese Standardsituation müssen wir einfach besser verteidigen. Und wenn man halt 0-1 hinten liegt, dann ist es schwer zurückzukommen. Trotzdem, vor der Halbzeit haben wir auch halt eine Phase gehabt, wo wir halt richtig gut im Spiel waren. Wo wir halt wirklich Einschussmöglichkeiten haben. Wo ja, ein klein Quäntchen Glück gefehlt hatte, um halt ein Tor zu machen. Zweiter Halbzeit kommen wir gut raus. Ich glaube, Götze rettet von der Linie. Das wäre das 1-1 gewesen. Und ja, dann spielen wir halt, haben wir halt sehr viel Beibesitz, sehr viel halt in der gegenseitigen Hälfte Aktion. Und lassen wir halt zwei Konstellationen zu, die wir halt nicht zulassen dürfen. Aber diese Fehler, die müssen wir ansprechen und besser machen in Zukunft. Aber das passiert im Spiel, dass wir halt Fehler machen. Und heute wurden diese Fehler halt als Eiskarte ausgenutzt. Und wenn man halt 0-3 hinten liegt, dann ist es halt schwierig. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, dass sie aber halt immer wieder an sich geglaubt haben. Und halt das 1-3 geschossen hatte. Und dann in der letzten, ja, in der Nachspielzeit, halt 6, die 6 Minuten Nachspielzeit, dass wir halt einfach, ja, alles versucht haben, um das 2-3 zu schießen. Es ist uns nicht gelungen, aber halt, es ist ein gutes Zeichen, dass die Mannschaft an sich glaubt. Ich wünsche Christoph und seine Mannschaft alles, alles Gutes. Eine sehr gute Mannschaft. Wir haben halt 42 Punkte jetzt in den ersten 25 Spielern. Das ist halt schon ein Wort. Und ich muss sagen, es hat uns heute gezeigt, gegen jeden Gegner, egal zu Hause oder auswärts, müssen wir an unsere Leistungsgrenze gehen, wenn wir halt Punkte mitnehmen wollen. Und ja, vielleicht kommt diese Niederlage zum richtigen Zeitpunkt. Es wird sich zeigen. Dir eine gute Rückreise mit deiner Truppe und ja, alles Gute. Danke, Joe. Dann Zeit für Nachfragen. Maximilian Eichinger vom Jan-Blog beginnt. Ja, Joe, im Pressing hat Bullic hochgeschoben. Dadurch entstand ein Raum zwischen ihm und Andy Geipel. Ich fand, RWE hat ihn dann immer wieder bespielt nach Ballgewinnen. Und ja, er war auch entscheidend zur Standardsituation, zum 0-2 und beim 0-3. Ja, ist das in deinen Augen auch eine systematische Frage und werdet ihr das die nächsten Wochen angehen? Wir schieben immer halt Rasen hoch. Wenn Ballverluste am Strafraum kommen, dann ist es halt schwer zu beteiligen. Ich finde, dass der Fehler woanders ist. Beim ersten grätschen wir an der Mittellinie unnötig. Wir müssen halt fallen. Wenn wir fallen, dann nehmen wir ein bisschen Tempo raus. Und dann müssen wir halt so schnell wie möglich zurücksprinten. Das haben wir auch nie getan, wo halt Berlinski einfach alleine vorm Torwart steht. Aber das werden wir halt mit der Mannschaft besprechen. Ich glaube nicht, wegen diesem einen Spiel, dass wir halt alles umwerfen müssen. Also ich glaube, dass wir auch unseren eigenen Weg gehen müssen. Und Rasen hat halt wirklich sehr viele Ballgewinne. Deswegen machen wir das. Ich finde, das eine oder andere Mal muss ein Innenverteidiger halt ein kleines Stück nach vorne verteidigen. Das, was wir in dieser Phase, wo es halt nicht so optimal war, nicht gut gemacht haben. Aber in den Phasen, wo wir richtig gut gespielt haben und viele zweite Bälle gewonnen haben, beide Innenverteidiger halt wirklich gut nach vorne verteidigt. Und deswegen sind Kleinigkeiten, die wir ansprechen müssen, die wir besser machen müssen. Und sonst gehen wir unseren Weg. Ja, Brian Hain und Domi Cota haben Positionen getauscht. Haben Sie das selber entschieden oder war das eine Anweisung von Ihnen? Das war eine Anweisung von unserem Trainerteam, dass wir halt nach den 30 Minuten, dass wir halt was anders probieren wollten. Also ein Linksfuß auf der linken Seite und ein Rechtsfuß auf der rechten Seite. Dass es uns auch in dieser Phase, wie gesagt, vor der Halbzeit richtig gut gelungen, dass wir halt gute Aktionen von beiden Spielern hatten. Das war nicht so. Wir haben halt das Gefühl, dass Domi auf der linken Seite sehr, sehr, sehr gut im Spiel war. Gerade die erste Viertelstunde. Und Brian halt nicht so im Spiel war. Und deswegen wollten wir halt beide im Spiel haben. Und ja, die machen das richtig gut. Ja, dann die letzte Frage. Jonas Bauer fand ich wieder mit einem guten Auftritt. Ist er demnächst auch mal jemand, der von Beginn an spielt? Oder wird er jetzt erstmal langsam hin angeführt? Alle unsere Spieler kommen in Frage von Anfang an. Also die müssen halt Woche für Woche hart arbeiten. Und alle unsere Spieler haben die Chance von Anfang an zu spielen. Gar keine Frage. Es ist nicht so einfach, die richtige Entscheidung zu treffen, wenn man halt so viele gute Spieler hat. Aber ich hoffe, dass es zu uns in den nächsten Spielen gelingt. Dann nochmal die Nachfrage. Heinz Gläser von der Mittelbayerischen Zeitung noch. Mikro kommt. Ja, Joe. Eigentlich nur eine Nachfrage. Elias Huth hat ja heute einen, sagen wir mal, sehr unglückigen Geburtstag erlebt. Wie richtet man den Spieler nach so einem Fauxpas wieder auf? Ja, also dass man ein Eigentor schießt. Ich glaube, in meiner Laufbahn. Ich habe auch ein ganz bitteres Eigentor auf Karlslautern geschossen. Das war halt... Deswegen muss man halt jedes Spiel immer selber wissen, wie man damit umgeht. Wir wissen, was wir an Elias haben. Der schießt fast das 1-1. Ich hätte mir gewünscht, dass er sich selber belohnt für die harte Arbeit, die er halt heute geliefert hatte. Manchmal hat man solche Tage, muss man halt schnell wieder aufstehen. So wie ich Elias kenne, aber ich kenne ihn seit Jahren. Das ist ein guter Junge, der wird halt das schnell aus dem Kopf bekommen und halt weiter nach vorne schauen. Gut, scheint alles beantwortet zu sein. Dann wünsche ich allen noch ein schönes Restwochenende. Gästen nochmal Glückwunsch zum Sieg und eine gute Heimfahrt. Dankeschön. Vielen Dank.